Willkommen auf meinem Spielplatz Es ist an der Zeit für Small Feather Games Und die Knarre liegt bereit Ob bei Call of Duty oder Battlefield Ich kenne keinen anderen, denn der hier noch so krass erspielt Also los Diabos, hebt ihr Daumen Ihr könnt euren Augen trauen Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen Das ist der Halo-Effekt Du findest alles Gute hier Und am Ende des Tages merkst du es hier das Alpha-Tier Da steht auf Auf Okay, dann erstmal Wir fangen jetzt mal an Achja, herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas aus draußen Der Skyline ist am Start, genauso wie der Axios Hallo Hat sich auch mal dazu empfunden Ich weiß jetzt Endlich mal wieder mitzuspielen in dem Video Ja, endlich mal mitzumachen Und wir sind ja ein Let's Play-Kanal Wir let's play ja nicht nur Spiele, sondern auch Brettspiele Demnächst wollen wir Monopoly Extreme mal starten Mal gucken, ob das auch was wird Und äh, wir spielen jetzt Yu-Gi-Oh! Mit unseren neuen Karten und so Ich freu mich Und äh, wir heben jetzt einfach mal ab und gucken Ich hab null Ich hab, ich hab null Er hat drei Er hat drei Sterne, deswegen fängt er an Wir könnten natürlich auch schnick, schnack, schnocken Also das ist so blöd Wer nimmt denn nachher auf? Wer nimmt denn auf? Der grinst so blöd Achso, ich muss ziehen So, dann fang ich mal an Vielleicht hab ich schon die Karte zu viel gezogen, aber das macht ja jetzt nix Dann mach die letzte wieder zurück Dann ziehst du gleich nochmal, dann zieh ich halt in die nächste Runde nicht Aber wenn ich jetzt dann bin, zieh ich dann halt nicht So, dann musst du sagen, was du machst Na ja, was soll ich denn sagen? Ich hab jetzt mal eine Karte beschworen Ja, dann musst du sagen, welches Monster, Angriffsmodus oder Peng Ja, das ist Baron verrückt, da kündigt der finsteren Welt im Angriffsmodus Eine Karte verdeckt und du bist dran Ich bin dran, ok Wie viele Angriffsmodus hat denn das Arsch? 1800 Das ist zu viel Gut, dann leg ich einen Monster Oh, mein Gesicht ist drauf Oh mein Gott Einen Monster verdeckt in der Verteidigungsposition Und übergeben Oh Mann, so eine kleine Information abzugeben Der Chico da drüben Der Skyline, der spielt mit seinem Drachendeck Wie immer eigentlich Und ich spiel hier mein neues finsternes Deck Ich spiel eine Karte verdeckt Ich mach mein Fett aus hier, geht ja gar nicht klar Bläh Und ich greife mit meinem Bauern an So, damit haben wir Was gibt nen Drachen aufgedeckt Und wird zerstört Jetzt darf ich hier noch ein Monster mit tausend von Eingriffspunkten oder weniger Aufs Feld des Schlachtes rufen Und ich bin mal voll nubig, würde ich sagen Und rufe einfach nochmal einen von diesen Kollegas Und mische nochmal mein Deck Mischi, 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 Mischi Ich versuche halt nur Zeit zu schnitten, weil er nicht weg ist Jetzt habe ich mir eine Karte fallen lassen Mischi, Mischi, Mischi Alles professionell Gesundheit Ok Ok Ich hab fertig mit Mischen Ja, du bist Ach, ich bin dran Ich zieh ne Karte Und das gefällt mir gar nicht Die ich hier habe Ich lege nur meine Karte verdeckt Und wir ändern meinen Schuh Ich bin dran, aktiviere eine Fallenkarte Warum? Für unsere Pläne Achso Mit so einer Karte abwerfen, um den Effekt zu annullieren Andernfalls werfen wir zwei Karten ab und ziehen dann zwei neue Karten Ok Wir legen zwei Karten ab und ziehen zwei neue Soll ich auch noch was legen? Soll ich auch noch was legen? Soll das mal Du musst auch zwei Karten abwerfen und zwei ziehen Hab ich! Ganz alleine So und rufe meinen Soldat, der Erzunterbetler im Angriffsmodus Dann folgt mich für dich Dann greife ich mit meinem Baron deinen maskierten Drachen an Stellt euch vor Leute, jetzt darf ich nochmal einen Monster rufen Oh Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott I'm so sexy 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 Uh, das ist gut Ich bringe den Achso, ich muss ein aufgedeckter Verteidigungsposition Du greife damit meinem Soldat, der Erzunterbetler, deinen offenen, verdeckten Verteidigungs... Offenes? Mit 1900 Der hier? Ja Das ist scheiße Die Karte wäre eigentlich noch gebraucht Doof Und damit bist du dran Ich bin dran, ich ziehe an die Karte Das finde ich schonmal sehr sehr schön Gefällt mir, aber das kann ich leider nicht aktivieren Aus Gründen, ich lege die Karte verdeckt Und ja, muss auch schon wieder mal eben zu bänden Oh, ich bin wieder dran Oh mein Gott Tjala, ich hab gleich gewonnen, würde ich sagen Ja, unbedingt Ich lege eine Karte verdeckt Opfere meine zwei Monster Jetzt hab ich verloren Um meinen Dreihorn Drachen aufs Feld zu rufen Ja, jetzt hab ich verloren Und greife mir meinen Dreihorn Drachen dein linkes Monster an Ja, das war Elemental Drache Ist futsch Und so Total doof Mit der anderen aktiviere ich Kartenzerstörung Leck mich am Sack Wir werfen unsere Karten ab Und jeder darf dann die Anzahl der Karten neu ziehen, die er auf der Hand hatte Das heißt, ich zieh 3 Und ich zieh 5 Und ich zieh 5 Ja, zieh 5 So, mein Zug ist noch nicht zu Ende Ich hab gewonnen Aktiviere ich Blitzgewitter der finsteren Welt Zerstöre dein verdecktes Monster Und werfe eine Karte ab Und damit bist du Dren Dren Jut, Knut Wir machen das ein bisschen Raffi-Tückischer, würd ich sagen Aktivieren Leuchtstern Drache Aktivieren den Effekt Von meiner Rotäuligen finsteren Drachen Und hab ihn jetzt einfach mal so aufs Schlachtfeld gerufen Weil ich cool bin Und attack mal voll krass auf dein Monster da Man hat 2.850 Achso, scheiße, stimmt Oder? Würde ich mich jetzt? Nein, 2.850 Verdammt Und tschüss Ja, das war nicht so clever von mir Ich hab 50 verloren Mit wie viel Spiel überhaupt? Vierer Vierer? Dann hab ich jetzt noch 3.950 Nein, ich hab verloren Ich bin Fuck Eine Karte verdeckt Und attacken Ja, äh 1.100 noch Ich bin so gut Fuck you Er ist jetzt dran, ne? Ja, ich bin jetzt dran Ja, 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 ja Unsere bezaubernde Kamera Frau Mann Weiß es nicht Ja, man weiß es einfach nicht Ja, du bist dran Ja, du bist dran Also so männlich bin ich nicht Kaki Guerilla der finsteren Welt Das find ich richtig kaki Der war nicht gut Der war nicht gut Ich aktiviere den Effekt meines Du brauchst keinen Effekt aktivieren Nein, ich will's aber machen Hallo, das gefällt den Zuschauern Um meinen Grafer Einmal Applaus bitte Um meinen Grafer Drachenherrscher der finsteren Welt zu rufen Nehme ich meinen Guerilla wieder auf die Hand Und damit kann ich den Drachenherrscher rufen Ja, mein Damen und Herren Jetzt greif ich mit meinem Drachenherrscher dein Verdecknismanzler Mit mir, ich hab verloren Mein Einhorn-Drache Ja, dein Einhorn-Drache And the last Einhorn-Drache The winner Like a force And the loser Losers So, unsere bezaubernde Kameradame Ich hab schon wieder so gekauft Bezaubernde Kameradame Hat gerade das Ding ausgemacht Das ist total sinnlos und sowas Ja, ähm Ja, verkackt Du hast verkackt Ich hab auf ganzer Linie versagt Ich bin... Ich weiß nicht Wenn du auch mal vergleichst Deinen komischen Drachen Auf deiner Spielzeugmatte Mit meinem Drachen Auf meiner Hardcore Killer Pro-like Matte Ist schon ein bisschen Ja, das weiß was das ist Das ist so Meiner ist so Power Ranger Style Einfach Boah, komm her Und ich hau dir auf die Fresse Badass Motherfucker Ja, äh, nee Wollen wir noch eine Runde aufnehmen Oder wollen wir sagen Das war's jetzt mit aufnehmen Das war's jetzt mit aufnehmen Genau, das war's jetzt mit aufnehmen Wir bedanken uns ganz herzlich Für Susi Und ähm Und vergesst nicht Bald ist Exios mit am Start Sobald er irgendwann mal auf die Reihe kriegt Alles hinzukriegen Ab der Reihe kriegt alles hinzukriegen Ach Leute, war das nicht schön Nein, äh Ich bedanke mich für Susi Ähm Und hoffentlich sieht man sich irgendwann mal online Tschüss Ja, das war's jetzt Ja, das war's jetzt Ja, das war's jetzt Ja, das war's jetzt